Argentinien, da ist ja der Peronismus eine relativ starke politische Strömung und um den fassen zu können, müssen wir, glaube ich, erstmal über Juan Perón reden. Wer war das überhaupt und was hat der gemacht? Gleich zum Einstieg eine herausfordernde Frage, weil ich glaube auch für jeden Politologen oder Soziologen außerhalb Argentiniens ist es total schwierig bis heute, den Peronismus sozusagen in seiner ganzen Form zu erfassen. Also in Deutschland wird es meistens eher so als Proto-Faschist dargestellt. Das sehen die meisten Argentinier oft anders. Also sagen wir mal, abgesehen weg von diesem Klischee-Bild von Peron, war er natürlich Militär, war auch jemand, der sozusagen gewisse Affinitäten explizit zu Mussolini geäußert hat, teilweise auch zu Hitler-Deutschland. Das ist aber nochmal irgendwie anders gelagert. Gleichzeitig hat er aber ein Sozialprogramm aufgelegt, das wirklich seinesgleichen sucht in Argentinien. Und das bis heute ist der, also wenn du irgendwie mit einfachen Arbeitern in Argentinien sprichst, ist Peron tatsächlich eine Referenz, die so, glaube ich, in dieser Form, also auch wenn man sozusagen das Zeitfenster sieht von ihm, die es so, glaube ich, selten gibt. Das heißt, man hat diese reaktionäre Seite von Peron, gleichzeitig aber hast du wirklich einen signifikanten Teil des sozialen Netzes, das es in Argentinien, zumindest bis Milet, trotz aller Krisen immer noch gab. Also auch was kostenloses Gesundheits- und Bildungssystem, zumindest dann die Universitätsbildung angeht und viele andere Sachen auch, Stellung der Gewerkschaften, das war etwas, was zumindest nicht ausschließlich, aber zum großen Teil auch Peron zurückzuführen ist. Und diese Person sozusagen in all ihrer Widersprüchlichkeit, ich meine, er ist ja dann sozusagen auch nach dem Militärputsch und davor teilweise schon auch nach Spanien, das stand dann noch unter Franco, also es ist eine Person und auch ein Politikfeld, was eigentlich nur ganz schwer zu erfassen ist. Also weil einfach auch wirklich explizit linke, auch linke volkswirtschaftliche Aspekte da genauso reinfließen, wie schon auch eher welche, die ich jetzt vorher als Reaktionär bezeichnet habe oder eher so im rechtskonservativen Feld. Und dafür steht halt auch der Peronismus. Also du hast sozusagen eine linke, teilweise auch marxistisch definierende Strömung genauso drin, wie ultra neoliberale Vertreter und auch sozusagen Wirtschaftsschulen. Also es ist tatsächlich, glaube ich, eine, wenn man es denn so nennen will, Ideologie, die mit am schwierigsten zu erfassen ist, zumindest innerhalb so der großen westlichen Hemisphäre. Ja, ja, also dass Peron so widersprüchlich ist, das hast du ja gerade schon ziemlich gut versucht auf den Punkt zu bringen. Also Peron war zuerst Minister unter einer Militärregierung, die sich 1943 an die Macht geputscht hatte und hat, obwohl diese Militärregierung sehr rechts war, immer wieder versucht, Bündnisse zu den Gewerkschaften aufzubauen und ist ein paar Jahre später dann Präsident geworden. Und so wie ich das gelesen habe, kann man den Peronismus in dieser Zeit in diese, ja, in diese ganzen linksnationalistischen Bewegungen, die es überall auf der Welt gab, die versucht haben, ihre Länder zu industrialisieren, die versucht haben, einen dritten Weg zu gehen, also zwischen sowjetischem Modell und westlichem Modell, kann man den da ungefähr einordnen? Kann man das so zusammenfassen? Doch, würde ich, glaube ich, tatsächlich, also da würden auch viele widersprechen, aber ich würde eigentlich sagen, dass so dieser Aspekt, so schwer definierbar der ist, aber so vom Linksnationalismus eigentlich eine Endkonsequenz würde ich bejahen. Und dieser rechte Peron, den du gerade angesprochen hast, das bezieht sich, glaube ich, sehr stark auf seine zweite Amtszeit auch, beziehungsweise erst mal auf seine Genese, er war ja, wie gesagt, zuerst Minister einer sehr rechten Militärregierung, aber Peron ist ja dann in den 70er Jahren über sehr kurze Zeit noch einmal in die Macht gekommen und in der Zwischenzeit, da hat er ja Exil, da hat er sein Exil im faschistischen Spanien verbracht und war da sehr stark nach rechts gewandert und in dieser Zeit fügte sich die peronistische Herrschaft, also zuerst von Peron selber und danach von seiner Frau Isabel, ziemlich gut in diese ganze Reihe von rechten Militärdiktaturen, die sich zu der Zeit überall in Lateinamerika etablierten, ein, oder? Ja, also das ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt, ist auch tatsächlich seine Frauen, weil so Evita Peron gilt auch so ein bisschen als diejenige mit dem stärkeren, zumindest am Anfang sozialen Gewissen. Es gibt ja auch sozusagen in diesem Film, gibt es so kleine Anspielungen darauf, aber man soll tatsächlich die Rollen der Frauen seiner Frau nicht unterschätzen und da war Evita in seiner von dir erwähnten ersten Amtszeit, welche die einen sehr klaren sozialen Zug sozusagen da reinbrachte. Das war dann sozusagen bei der zweiten Evita nochmal ganz anders. Aber wie alles bei Peron ist das halt auch total schwer sozusagen irgendwie zu fokussieren, weil auch in dieser zweiten Amtszeit, wo zum Beispiel es gab einerseits Triple A, das war sozusagen so eine wirklich faschistische, paramilitärische Truppe, mit der stand er im Kontakt, die hat er teilweise auch unterstützt. Gleichzeitig waren die Monteneros, das war so eine links, genau wie du es vorher genannt hast, linksnationalistische Guerilla-Gruppe, deren Agieren hat wiederum die Militärs dann schlussendlich genutzt als Legitimation für den Putsch und die wirklich massive Repression. Aber auch mit denen stand er im Kontakt und war deren Referenz. Also das heißt, du hast sozusagen rechte Paramilitärs und linke Guerilleros, deren zentrale Referenz in beiden Fällen Peron war. Also auch das zeigt nochmal die extreme Widersprüchlichkeit eigentlich seiner Figur, die bis heute anhält. Ja, und da sind wir jetzt auch schon ziemlich gut in die Zeitlinie gekommen, die ich dann eigentlich besprechen wollte. Also Isabel Peron wurde dann 1976 vom Militär gestürzt und du hast es schon angesprochen, unter Militär gab es extreme Repressionen. Das war so, wie ich das gelesen habe, die blutigste Militärdiktatur Blüter Amerikas. Zu der Zeit 20.000 bis 30.000 Menschen sind unter hier umgekommen. Also zum Vergleich, Pinochet in Chile hat nur rund 3.000 Menschen umbringen lassen. Also es war selbst für die Region verhältnismäßig brutal die Herrschaft dieser Militärdiktatur. Und dann ist 1983 mit Raoul Alfonsin der erste demokratisch gewählte Präsident wieder an die Macht gekommen, der verschiedene Wirtschaftsreformen versuchte, die aber allesamt wegen des Widerstandes, vor allem der peronistisch demonierten Gewerkschaften, scheiterten. Und der dann 1989 von Carlos Menem versetzt wurde, einem Peronisten. Und das ist jetzt sehr interessant, hier vollziehen die Peronisten nämlich eine neoliberale Wende. Wie sah das Wirtschaftsprogramm von Carlos Menem genau aus? Also genau werde ich das, glaube ich, jetzt nicht rekonstruieren können. Aber zum einen muss man auch sagen, dass er, ein Klassiker, aber sozusagen seine Wahlankündigung nochmal ein ganz anderes Programm vorgelegt hat, als er schlussendlich umgesetzt hat. Aber das zentrale Element, auf das du ja vermutlich auch hinaus willst, war halt zum einen, dass er sich dann die ganzen Strukturanpassungsprogramme ins Land geholt hat und halt die jetzt auch wieder von Millet angestrebte Dollarisierung, die, das merkst du selbst heute noch, wenn du mit gewissen Leuten sprichst, am Anfang auch Erfolg hatte. Weil plötzlich hatten die Argentinier 1 zu 1 Dollar Konten, wenn sie wollten, nach Miami. Also es war zwar nicht besonders nachhaltig und hat ja sozusagen, war der Grund für schlussendlich die massive Wirtschaftskrise. Aber für wenige Jahre hat das sozusagen die Illusion geschaffen, bei ganz vielen Argentinien auf so einer unteren Mittelschicht. Man gehört jetzt zur ersten Welt, denn man verdient Dollar. Und das ist ein Aspekt, da können wir später vielleicht drauf hinkommen, dass eigentlich viele Argentinier wissen, was für fatale Folgen das hatte. Aber zumindest diese Generation, die das noch miterlebt hat, hat halt auch eine Erinnerung, selbst als Teil der unteren Mittelschicht. Das ist auch nochmal ein eigenes Thema. Argentinien hat sozusagen im Gegensatz zu vielen anderen Lateinamerikanischen Staaten tatsächlich eine relativ starke Mittelschicht, auch wenn die anders konfiguriert ist als in Deutschland. Aber da ist halt diese Erinnerung, damals konnten wir uns was leisten, was wir uns danach Jahrzehnte nicht mehr leisten konnten. Deswegen gibt es eine gewisse Weise noch so eine, also nicht gesellschaftsübergreifende, aber in gewissen Sektoren schon auch noch eine Idealisierung von Menem und der Dollarisierung. Und das trotz des Wissens, zu was das schlussendlich geführt hatte. Also zu einer der profundesten Wirtschaftskrisen, die Argentinien je erlebt hat.